Das ist langweilig, nicht? Ganz schön langweilig. Nein, 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 das ist ja langweilig. Also, wenn ich das vorher gewusst hätte... Man müsste vielleicht was spielen. Na, was denn? Kaufmannsladen, ja? Wie wär's denn mit Hopse? Hopse kann ich gar nicht. Komm, wir spielen Kaufmannsladen. Du gehst da raus und kommst dann als Käufer und ich bin der Verkäufer. Das ist hier der Ladentisch. Und dann kaufst du was, ja? Dann kaufe ich was. Ja, 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 natürlich. Ich kaufe jetzt was. Mach mal. Die Tür ist ja immer offen. Komm da jetzt rein, ja? Palim, palim. Guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Deine kleine wird doch mal möglich sein, ne? Wir brauchen eine Flasche Pommes frites. Das ist halt mit der Flasche. Machen wir mal was anderes. Machen wir mal was anderes. Du, äh... Du wirst gleich am klingeln merken, es ist immer noch derselbe Laden. Ah, ja! Palim, palim! Guten Tag, guten Tag! Bitte schön, was darf es sein? Ich hätte gerne eine kleine Flasche Pommes frites. Eine kleine wird doch wohl möglich sein, ne? Du kannst das nicht, fass mal auf... Na, du, du bist schlecht sortiert, nicht? Nein, nein, nein. Jetzt bist du mal der Verkäufer. Ich bin der Verkäufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ja, du zeigst dir mal, wie man es macht. Ja, warte. Ich komme jetzt. Also? Ja. Also, Entschuldigung, die Klingel ist kaputt, was? Nee, die Tür war auf. Oh, das ist was anderes. Fallen, fallen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Ja, ich möchte gern Pommes frites.